Ein Ford Mondeo steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi ist 5 Thürich und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.